So Freunde, was geht ab? Ich hoffe euch geht's gut. Genau so, ich befinde mich gerade im Zimmer. Ich wollte, dass es ein bisschen unordentlich ist. Ihr wisst, Albertos ist immer unordentlich. So, der Maske, jetzt stelle ich mal meinen Paketfrau. Grüße gehen raus an Olli und an die anderen Kollegen. Ich weiß nicht, wie die heißen. Grüße gehen raus, die haben mir das Paket geschickt. Auf dem Zettel steht schon drauf. Müssen wir dahinter, dass man mich aussieht. Das Paket habe ich schon vorher geöffnet. Tut mir nochmal leid, ich habe das jetzt erst gesehen. Deswegen, egal, jetzt habe ich mir eh schon geguckt. Jetzt kann ich es auch hochladen, das Video. Aber wenn ihr mir wieder Paket schickt, dann schreibt mich privat überall an, wo ihr mich habt. Dann schicke ich eure Adresse und dann könnt ihr mir vor Weihnachten oder nach Weihnachten noch ein paar Sachen schenken. Ihr müsst nichts, das ist keine Pflicht mehr, wenn ihr aber Lust habt. Und ja, ich bedanke mich und jetzt grüße ich erstmal die Leute. Er hat einen Brief geschickt. So richtig geiles Paket, Alter. Ich denke, das ist für meinen Vater. Der denkt ja, hä? Mein Nachbar ist angehört. Grüße gehen raus an meinen Nachbar, das ist so ein Rentner. Ich würde jetzt den Namen gerne erwähnen, aber ich weiß nicht, ob das so ein bisschen okay ist. Grüße gehen raus an dich, Bruder, danke. Also ich sage ja, alle Nachbar sind okay, außer ihr wisst ja. Also grüße gehen raus an S-C-U-T-T-E-I-E, also Schotti, denke ich. Und Piepen, Maturbo, I-M-P, Alberto-Steve, Hella-Cott und Dorian. Ja, Mann, sei gegrüßt, Alter. Und dann hat mir einer so eine Seife geschenkt, Alter, was geht da ab, Alter. Freunde, ich gehe schon duschen, nur weil ich jetzt in der Woche nicht duschen werde. Und an Olli, danke, dass du mir das geschenkt. Dann die Maske und dann diese Pistole hast du mir geschenkt. Also ich werde jetzt nicht alles einzeln vormachen, weil das dauert alles viel zu lange. Dann kann man hier die Pistole, dann kann man so einen Gummistoff da machen und so das ziehen und dann knall ich euch ab. Also Freunde, wie gesagt, hier so ein paar kleine Teilen, CD, Arbeitsamtbuch, eine geile Tüte, habe mir noch ein Olli geschenkt, vielen Dank. Ich mache es jetzt einfach auf den Boden, Alter. Hier ist sowas für den Kopf, Alter. CD, ganze Schnickschnack für meinen Sohn, hier, Energie getrennt, vielen Dank, Böller, auch habe ich übrigens gezündet, vielen Dank. KFC-Zettel, so Kleinigkeiten für Silvio, halt, hier sieht man das auch hoch, halt so Kleinigkeiten. Hier so Silvio und so kleines Schnickschnack. Weil wenn ich jetzt einzeln alles vorlese, halt so die größten Sachen, dann dauert es lange. Hier Malbuch, so ein Rutschild hier, Bonbons, Buch, Chips, CD, weil ich jetzt habe keinen CD-Layer oder keine Konsole mehr, da kann ich das nicht mehr reinmachen. Egal, Mann, Scheißkopf, weil ich trotzdem bereit bin. Ja, Moin, Flieger, also, na. Also, ich wünsche mir auch viel, viel bedanken und wie gesagt, falls ihr Bock habt, mir ein Paket zu schicken, müsst ihr nicht, ich freue mich jemand drauf, dann schreibe ich mich privat an, dann schreibe ich meine Adresse und dann könnt ihr auf jeden Fall auch, macht keine Scheiße und dann könnt ihr auf jeden Fall natürlich mir ein Paket schicken, ist kein Problem, da freue ich mich immer drüber. Gut, ich sage jetzt, wird das schon reingehauen, ich sage, wir sehen uns morgen und Dankeschön, ciao, ciao.